Hallo, wir sind hier in Salzburg, eine ganz romantische Stadt zu sieben Jungen zu hängen und mit ihm und Duina. Wir haben immer neue Sticker gefunden, aber die passen wir immer ein bisschen durchs Traum. Dann guckt der Wolfgang, die wir so gut wieder schreiben. Was hat Lebermüll wie der Mozart? Eternel, Danke Superbad! En auf jeden Fall Prüsch, lass uns noch ein bisschen mehr, geht. Ein leichter, ja. Schliessen habe ich nicht gehört. Mir hat es erzählt gerade, ich werde bürger und das dauert eine halbe Stunde. Wir haben schon keinen Bock mehr. Wir wollten einfach gucken. Ja, endlich kannst du einfach gucken, wie schön, wer wirklich da wird, guck. Also, du hast einen Kau. Keine Ahnung, wie wär's denn da aus? Wegen Theorie aus. Kau hast du, für das du in Eurodage gehst du zu gucken, ob du richtig kaufst oder nicht. Wir haben hier aber auch ein Kau. Und der Boden führ auf, weil wir sind so lustig aber wir gehen trotzdem. Es ist mega schön. Es ist mega Emotion. Es ist mega Maximum. Freunde! Max, Leute, ich glaube zum vierten Mal hier im Rockhaus. Wir haben diesmal ganz besondere Freunde aus Luxemburg mitgebracht. Bevor wir in die Bühne entern, also hier haben die ihre mit Eternatango. Viel Spaß! Dumm schau! Getschreie. 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 Komm! Komm jetzt! Musste! Ja... Ich bin der Kevin G.S.P. Also schon ein Kanz! Das ist die letzte Kanzer zu Wien. Und sie sind mega traurig. So, ich will mal Bühne. Ich bin total toll mit Eternal Tango an der Bühne ran. Ich gebe die Bühne frei und sage viel Spaß mit Eternal Tango! Und ich habe mich über die Kanzer zu machen. Ich bin total total toll mit der Bühne nie auf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020